Herzlich willkommen Freunde zu diesem neuen Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei meinem neuen Partner Fifacoin.com günstig Coins kaufen könnt. Was ich direkt anmerken will, ist, dass ihr mit dem Code Star 5% auf eure Bestellung bekommt. Also vergesst auf jeden Fall nicht bei eurem Einkauf am Ende den Code Star einzugeben, das werde ich aber am Ende dann nochmal erwähnen. Okay, dann starten wir jetzt auch direkt rein. Also, wir kaufen uns hier Fifa 17 Coins für die PS4, also gehen wir oben auf diesen Bullet Point Fifa 17 Coins. Gehen dann auf PS4 und dann können wir hier eben auswählen, wie viele Coins wir uns kaufen möchten. In diesem Video kaufen wir uns 50.000 Münzen per Comfort Trade, das heißt die Coins werden von Fifacoin auf euren Account transferiert. Nachdem ihr die Coinsmenge ausgewählt habt, müsst ihr eure Kontodaten angeben und keine Angst, Fifacoin wird dann natürlich nichts auf eurem Account machen, außer euch die Coins drauf zu transferieren. Und hier müsst ihr dann eben eure Origin E-Mail, euer Origin Passwort und eure Food Sicherheitsantwort erstmal angeben. Nachdem ihr das getan habt, müsst ihr die drei Backup Codes eingeben und viele werden sich jetzt fragen, was sind die drei Backup Codes. Hierzu habe ich euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt, auf den müsst ihr draufdrücken, euch dann anmelden und dann werdet ihr auf diese Seite kommen. Auf dieser Seite könnt ihr euer Konto verwalten und dort gibt es den Punkt Backup Codes und dort müsst ihr einfach nur auf Anzeigen klicken und dann die ersten drei Codes, die euch dann dort angezeigt werden, bei Fifacoin in die Bestellung reinkopieren. Also ihr habt jetzt eben die drei Backup Codes und kopiert eben zuerst den ersten in Backup Code 1, dann den zweiten im Backup Code 2 und dann den dritten im Backup Code 3. Danach klickt ihr auf den grünen Button und innerhalb von wenigen Sekunden wird euer Account verifiziert und ihr kommt zu den Zahlungsmöglichkeiten. Hier habt ihr dann die Möglichkeit eure Bestellung mit Paysafecard, mit PayPal oder sonstigen Zahlungsmitteln zu bezahlen. Und was ihr dann natürlich nicht vergessen dürft, ist, dass ihr bei dem Feld Gutscheincode den Code Star eingebt, um nochmal 5% auf eure Bestellung zu bekommen und euch damit nochmal Geld zu sparen. Und zu guter Letzt klickt ihr dann noch auf den Button Überprüfen Sie, dort könnt ihr eure Bestellung nochmal überprüfen und die Bestellung vollständig abschließen und dann habt ihr den Kauf auch schon getätigt und eure Coins werden dann auf euren Account transferiert. Und das war eigentlich auch schon die Erklärung, wie man sich bei Fifacoin Coins kauft und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFO Stars. FIFO Stars. FIFO Stars.